Abwechslung Ich möchte recht herzlich gratulieren zu Erheben der Meisterschaft der B-Junioren Kreisliga Die Tabelle lügt auch nicht, ihr habt also super Torverhältnis, super Punkteverhältnis, in der Fairness-Tabelle seid ihr ziemlich oberen, also es passt alles und ich wünsche euch für die neue Runde in der nächsthöhere Klasse alles, alles Gute, so wie ihr spielt, brauche ich da keine Angst zu haben, aber dann gehe ich da oben, da spielt ihr mit Sicherheit auch oben drin mit. Also wie gesagt, es war toll, hat Spaß gemacht, das Spiel zuzugucken, wenn ihr ein bisschen ruhiger vom Tor seid, ich denke, es kriegt den Trainer auch noch raus, heute vielleicht drei, vier Tore mehr geschossen, aber es hat ja gereicht, also nochmal herzlichen Glückwunsch für die Erregung der Meisterschaft und wer ist jetzt, wer darf die Urkunde entgegennehmen, wer darf den Ball entgegennehmen, alles Gute nochmal. Janis! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017